Hallo, hier ist heute wieder euer BrickHit13 aus dem schönen Allgäu. Und wie ihr seht, Leute, fahren wir heute einfach mal Formel 1 Simulator... Direkt zwei kaputte Frontflügel. Genau, wir fahren heute mal... Wir haben direkt eine Verwarnung. Formel 1 Simulator und zwar Championship, das heißt WM World Championship. Genau, und zwar ist das hier die Strecke in Katar, Bahrain. Und wir sind leider momentan Hamilton. Wir fahren mit Team Mercedes, Petronas. Und sind Elfter im Moment in den Kurven, die wir ganz ein bisschen Speed rausnehmen. Also ihr merkt, ich bin noch nicht so gut hier drin. Also wundert euch nicht, falls ich das ein oder andere Mal crashen werde. Genau. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal überlegt. Ich nehme heute mal ein Formel 1 Video auf. Genau, ich spiele das auch ganz oft mit BrickPapa, aber nimm es halt nicht auf. Ich habe irgendwie die Kurven am Anfang nicht gecheckt, aber BrickPapa, der fährt hier richtig gut in diesem Spiel. Und der hat es mir erklärt und jetzt bin ich in Ordnung in diesem Spiel, sagen wir mal. Und war gerade auch fast kaputt, weil ich nicht gesehen habe, dass hier, ich habe schon wieder die dritte Verwarnung. Ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, soll ich in die Box fahren? Wegen... Also BrickPapa sagt immer, wegen sowas nicht direkt in die Box fahren. Also fahre ich jetzt auch nicht in die Box, auch wenn die sich gerade die Möglichkeit ergeben hätte. Ich fahre mit softem Reifen, wie ich sehe. Full Speed, Full Speed, Full Speed, ja. Also da vorne sehe ich schon die anderen Autos. So, P-Zero-Schild, glaube ich, kaputt gefahren. Ich habe gedacht, ich kriege gleich das Auto nicht mehr unter Kontrolle. Ja, genau, ähm, ja, ich nehme das Video heute auf, am Abend, wo der VfB gespielt hat. Zum Glück, also 3-0 gegen Union Berlin gewonnen, super stark. Ich bin tot. Okay, wir starten die Saison neu. Äh, ja, der VfB hat 3-1 gewonnen. Äh, 3-0. Und, Tabellenzweiter, weil, nein, Durchfahrtsstrafe, da müssen wir hin. Ja, warte, sofort wieder. Ah, nee, ich will keine sofort wieder. Hä? Ja, ich will den VfB sparen. Okay. So, es ist ja auch neu starten. Nein. So, weil wir hatten Durchfahrtsstrafe, Durchfahrtsstrafe ist richtig kacke. Da muss man dann einmal, ohne dass man was austauschen lässt, in die Box. Ach, schon wieder Durchfahrtsstrafe. Jetzt geht's. Ich glaube, wir haben hier sogar irgendwie einen Teammanager. Ich mach mal den Ton lauter und dann hören wir mal, was der zu sagen hat. Okay, zumindest keine Durchfahrtsstrafe erhalten und wir sind siebter. Okay, wir fahren jetzt nicht der Doppel. Wir gehen jetzt auf die Ideallinie. Wir haben sie in die Bremsen, ich will mich direkt wieder in kaputten Frontflug liegen. Okay, Verwarnung, weil ich eine Konversion mit Gas sehe. So, ich frag, okay, das nervt ein bisschen. Ich mach kurz den Ton leiser. So, genau, wir haben auf BR 3-0 gewonnen. Die Rassi musste in der 26. Minute ausgewechselt werden. Der hatte irgendwas mit dem Oberschenkel, glaube ich. Wir fahren hier bisher gut, Elfter wie vorher. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier die Kurve besser kriegen. Oh, da werden wir gerade von ganz vielen überholt. Aber wir haben jetzt auch wieder zwei Volt. Wir sind wieder Elfter. Die Ferrari, die sind immer richtig gut. Wieder voll raus. Ey, da ist eine Rennung, ist reingefahren. Das habe ich nur mehr. Ja, die Kurve war besser. Natürlich, ihr seht, die ganzen Autos vor uns kriegen die Kurve immer viel besser als hier. Oh, die Kurve haben wir, habe ich gehofft, gut gekriegt. Wir spielen halt auch mit Damage. Das heißt, wenn ich wo dagegen fahre, kriege ich Schaden. Bremsen. Fullbremsen. Bam, Max Verstappen, schnellste Runde. Super. Nein, ich fahre nicht in die Box. Bei mir passt der noch. Okay, ich wäre letzter mal, wenn ich jetzt in die Box gehen würde. Und das ist auch nicht mehr. Vielleicht gehe ich nachher. Wenn vielleicht welche in die Box fahren, werde ich auf jeden Fall nicht in die Box fahren. Weil dann kann ich ihn aufholen. Aber ich denke, innerhalb von fünf Runden, in den jetzt noch verbleibenden drei Runden, wird kein Auto in die Box müssen. Und jetzt kommt auch gerade Brickpapa, hallo. Hi, alle zusammen. Hallo Brickit. Ja, ich bin ja gerade nicht so der Bestien vom Lines Simulator. Ja, ich glaube, ich komme gleich wieder. Vielleicht fahren wir noch mal kein Rennen gegeneinander. Ja, gerne. Oh, die Kurven. Ich habe irgendein Problem mit den Kurven. Ich muss mich ja gerade fassen. Oh, komm. Ja, komm, jetzt nehme ich hier die Kurve enger. Komm, komm, komm. Arno, komm vorbei. Arno, komm vorbei. Nein! Mich hat es gedreht und ich habe zwei gelbe Frontflügel. Nein, es dreht mich und die Reifen sind sicher. Ja, okay, man kann die bis zu 100. Nein, ich bin... Es dreht mich gerade so heftig. Oh, wir müssen jetzt so hart aufholen. Wir müssen so viel aufholen. Nein, uns hat es gerade richtig gedreht. Nein, wir sind einfach Letzter. Jetzt nicht Zeit verschwenden in die Box. Wobei, mit Wiedergangsrichtigen Frontflügeln, aber... Warte, jetzt ist die... Ist... Mann, die Kurve, die war richtig fröhlich. Ja, PCO-Schild durchfand. Bam! Ja, wir haben bald die... 1.000 Abos geknackt, was mich natürlich sehr freut. Genau, und ich werde auf jeden Fall weitermachen, gar keine Frage. Nicht, dass ihr jetzt denkt, nur weil ich 1.000 Abos habe, höre ich auf. Auf gar keinen Fall. So, ich weiß nicht, ob wir in zwei Runden noch die anderen aufholen, aber ich glaube eher nicht. Ich erkenne hier aber auch gerade nicht, dass man irgendwo sieht, wo... wie viele Sekunden man noch vom Runden einführt hat. Aber ich habe bisher noch gar keine einzige Zeitstrafe bekommen. Sonst bekomme ich immer richtig... Und ich bin tot. Also in der echten Formel 1 wäre man da... tot gewesen. Und deswegen starten wir das ja nun. Nein! Okay, Durchfallsstrafe. Warte mal. Wir machen mit Durchfallsstrafe. Stimmt. Nein! Ich bin disqualifiziert. Nein, oder? Mann! Wie ändert man diese... Ansicht wieder? Ich will... Da sitze ich immer so. Ich glaube auch irgendwie... Ansgesicht. Bitte, aber wie kann man hier nochmal... die andere Sicht anschalten? Hm. Du weißt nicht mehr. Rapid. Das ist nicht gut. Warum? Zwei sind die ganze Zeitstrafe. Ich gucke, ob ich kurz... Aber dafür dritter. Ah! Platz geht dringend. Okay, neunter, zehnte. So, jetzt verursacht man noch ein Crash mit Bottas, würde ich sagen. Oh, ich habe noch ein Fähigkeiten. Immer besser werden. Gipi. So, Bottas, schön rausgeräumt. Und jetzt hat es auch gedreht. Zwei Sekunden Zeitstrafe. Dann machen wir ein Rennen gegeneinander. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich und Big Papa alles eingestellt haben. So, es startet jetzt hier und ich bin... Oh, wir machen nochmal, weil ich habe Durchfahrtsstrafe bekommen. Also, ich bin der Obere. Ich bin Charles Leclerc. Und der untere ist Brick Papa und der ist Max Verstappen, oder? Ja, Max Verstappen. Oh, ich starte als Zweiter, sehr schön. Ich starte als... Oh nein, ich auch fehlstart. Ja, das läuft schon wieder gut bei Brick It und mir. Wie oft. Und jetzt? Jetzt noch nicht. Das ging gerade noch nicht. Ah, okay. Ah, warte, ich habe, glaube, gesehen, rausgefunden, gerade mal kurz mit meinem... Einfach einen starken... Ich habe, glaube, rausgefunden, wie man ein anderes Gesicht einstellen kann. Ja, aber das kannst du auch selber bei dir, weil ich will die... Okay, da... Ja, genau, hier. V-Kammer. Ich will die V-Kammer. So fahre ich. Aber das war jetzt irgendeine andere Einstellung. Ja, so fahre ich immer. Nein, nein, ich hatte einen Kackstart. Ich auch. Ich bin 11. Gut, dann. Big Papa ist gut, das sagst du euch doch. Bremsen. Und direkt den Bord LZHU reingefahren und direkt zwei kaputte Frontflügel. Und ich... Ja, verramt mich, ihr, mein eigener Teamkollege. Und ich kriege zwei Sekunden Zeitstrafe, weil ich angeblich in mir reingehe. Und ich muss Händelchen vorbeilassen. Oh mein Gott. Oh Gott, ich bin schon wieder gegen Schilder gefahren. Mit was bremse ich eigentlich? Mit L2... Danke, oh nein, ich habe keinen Frontflügel mehr. Ich habe beide nicht mehr. Kevin Magnussen ist aus der Saison... Saison rausgespielt. Session. Session, meine ich ja. Ich habe schon zwei kaputte Frontflügel, nur so als Info. Ja, ich auch. Und ich bin kaputt. Oder auch nicht. Ja, aber ich bin jetzt wieder hinterher. Wie abkürzen, drei Sekunden. Ich wäre gerade fast dagegen gegangen. Also, ich zeige euch mal kurz, was passiert, wenn man so komisch ist. Ich kann einfach noch weiterfahren. Oh, die Kurve verkauft. Ich kann noch weiterfahren, dann bin ich ein Letzter. Oh, Mick Schumacher ist hinter mir. Ich kann einfach noch weiterfahren. Hinter mir kann niemand sein, außer ich werde über uns. Jetzt bist du kaputt. Schnell raus, Start. Mick Schumacher macht gerne sein Auto kaputt. Das ist eigentlich 3.10. Ja, ja, ja. Macht halt Spaß. Macht doch bestimmt Leclerc auch Spaß, oder? Nein, ich glaube, der kriegt Ärger von mir. Ich glaube, ja. Jetzt guck auf die Ampel. Oh nein, wenn beide ein Fehlstart. Boah, du Lump. Ich habe zwar durchfahren. Ich bremse später, ich bremse später. Ey, abgekürzt. Ja, ich bin vor dir. Ey, ey, ey. Nein, ich hatte immer gut. Bößer Dreher von uns beiden. Nein, ich bin 6. Nein. Nein, nein. Oh nein, Katastrophe. Ich bin 19. Ich bin Letzter. Jahu. Ich bin einfach vor Brückpepper. Wir haben beide noch Ding. Ja, irgend so ein Hund hat mich gedreht. Wir haben beide noch Durchfahrtsstrafe. Du auch? Hast du es auch bekommen? Nee, das weiß ich nicht. Aber bei mir sind zumindest noch alle Frontflügel da. Das ist bei mir auch noch da. Aber der Dreher war unnötig. Und jetzt hole ich erst bei dich. Ich hole gleich die da vorne. Oh, ich war schlecht. Äh, das ist gut. Das ist mein Lieblings. Das ist meine Lieblingskurve. Da schrott ich meistens mein Auto. Also wenn wir zocken, dann zocken wir ungefähr 35 Neustarte und fahren zwei Runden. Ja, genau. Vielleicht machen wir gleich doch nochmal einen One-Block, oder? Ja, diesmal keine Durchfahrtsstrafe. Aber ich habe auch noch... Ich gehe gleich mal rechts rüber hier. Okay, ich gehe auch links rüber. Das ist... Und dann geh jetzt mal ein Pteres hier ab. Ich streng Ding ab. Ich habe irgendeinen McLaren abgetränkt. Ich Pteres und gehe jetzt außen... Ich habe Ricardo abgetränkt und habe zwei kaputte Frontflügel und bin letzter. Und ich bin hinterher in den Zweiter. Genau. Weil ich habe gerade... Aber letzter Mal startet dann One-Block, oder? Ja. Ja. Weil das Video geht jetzt auch schon... Kann ich da mitzocken bei One-Block? Ja, klar. Ja, dann machen wir... Oh, das wird cool. Ähm, One-Block-Video mit Brick-Papa. Das wird ein Urstück. Das wird so lustig. Nein, Durchfahrtsstrafe. Du auch? Ja, ich nicht. Okay, ja, egal, 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 egal. Ja, ja, ich gehe weg von dir. Oh, ey! Oh, du Lump. Aber jetzt gehe ich erst mal in Hamilton vorbei. Du, du machst hier gar nichts. Ja, guck mal, ich bin Erster. Aber die Kurve verkackt. Und dann bin ich immer noch Erster. Ich bin Dritter. Oh, Hemi kommt. Hemi hat Überschuss. Also muss ich jetzt gut innen bremsen. Schön die Kurve anfahren und Gas geben. Du hast schon wieder eine Verwarnung, natürlich. Warte, probier's noch. Ja, doch. Also, machen wir dann One-Block? Ja. Und ich würde sagen, dafür machen wir ein neues Video, oder? Ja, das war's dann auch wieder. Tschüss, euer Brickle 13 aus dem schönen Allgäu und... Brick Baba! Ja, das war's dann auch wieder. 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 Vielen Dank.